Curry, wenn du Natursekt-Spiele verleihst, sind die mit Fruchtfleisch oder ohne? Alter, da kannst du dich mal überraschen lassen. Manchmal raspe ich noch ein bisschen weit ab, damit da noch ein bisschen mehr drin ist. Wie so ein Smoothie, weißt du? So Grontons, weißt du, das sind ja die Lürensteine. Was hast du wiederlegt, Alter? Oh, ach nö. Du hast nachgefragt, Erik. Du hast nachgefragt. Ja, eben. Ich bin investigativ, ich will es wissen. Unüberschaubar ist die Größe, sodass man, dass du quasi nie weißt, hä, war ich da schon? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Und was sind das? Oh Gott, wie komme ich hier jemals wieder raus? So ist die Größe. Ja gut, du könntest ja einfach die Fackeln links anbringen dann. Hm, Tobi, das geht. Da hast du natürlich schon recht. Du bist doch auch der witzigste Mensch der Welt, wa? Entschuldigung. Arschloch. Das war ein gutes System. Ja, ja, wenn es funktioniert hat. So, lass mal überlegen, wo wir hier draußen Fenster machen, vielleicht auch. Beim Wasserfall fände ich irgendwie schön. Eine Glasfassade wäre nice. Ja, dann mal Sandschippen am Strand, ne? Ich muss sagen, jedes 007-Spiel, was ich damals gespielt hatte, war einfach besser. Leckt mich. Ich frag einfach gar nicht. Leckt mich einfach. Wobei ich die 007-Spiele echt cool fand früher. Voll das Osterfeuer. Alter. Oh, Schatzü, Schatzü, komm her. Schliebe dich, schliebe dich, komm her. Lass mich an deinen Schlauch ditten lutschen. Was, Alter, Tobi. Entschuldigung. Ist das schon so ein kleiner Heslohn? Tobi, pass auf, der tritt dich immer weiter. So, mal gucken. Oh, ist das fürchterlich aus, dass wir dich nicht tun sollen. Das wir dich einfach nicht tun sollen. Alter, ist das zu widerlich. Alter, ist das widerlich. Okay, naja, dann machen wir es nicht. Huah! Du musst dich jetzt nicht umbringen, deswegen. Hä, das sah ja voll geil aus, Tobi. Warte. Ja. Guck mal. Hä, Alter. Voll geil. Mach auch mal, geh nochmal rein. Geh mal zurück. Alter, das ist voll gut. Meine Augen brennen. Voll geil. Okay. Jetzt kurz noch, kurze Erläuterung. Facecam fällt heute aus, weil wir einfach beide nicht mehr in die Facecam gepasst haben. Ja, wir sind zu fett über Weihnachten geworden. Ich sehe einfach inzwischen auch aus wie ein Keks. Ich sehe aus wie ein kalter Hund, Alter. Oh, geil. Kalter Hund würde ich gerne mal probieren, habe ich noch nie gegessen. Ich verstehe es nicht. Leute, das haben die ganze Zeit außerhalb des Streams. Und ich verstehe es einfach nicht. Die finden das wahrscheinlich besser, wenn ich nicht streame. Deswegen subnen die da. Ich weiß es nicht, Kalter. Ich möchte das gerne wissen. Heißt nicht, schreib es in die Kommentare. Sondern das heißt, ich würde es selber gerne mit dir herausfinden, Tobi. Ah, au. Du willst dich doch extra Position stellen. Entschuldigung. Nein. Ich bin gerade zu dir gekommen, weil ich dir helfen wollte, den Baum zu fällen. Ich wusste das nicht. Ich schwöre es. Ich kann nur so. So. Dieser Kopf, der da einfach über der Tür hängt. Von Thrombosen Jonas. Unser Freund Thrombosi, Alter. Das war schön. Mir ist irgendwie geil, dass wenn du in die Tür reinkommst, quasi, dass er so, guten Tag. Oder so. Ist halt einfach höflich. Ist das richtig? Äh, da müsste man eventuell auch... Was machst du denn da? Äh, das ist doch was, das Normalste von der Welt. Hätte Gott gewollt, dass wir mit Hasenköpfen kein Fußball spielen, dann hätte er die eckig gemacht. Kannst du gerne machen? Ach, warte, der kommt ja eh gleich rum hier, oder? Ja, komm. Der sieht aus wie ich nach meiner... Oh, was macht der da? Oh, der ist aber... Oh, der ist aber sauer. Oh! 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 Los mit ihm! Aua, aua! Ach, der ist der Teppich, glaub ich. Uff! Wo ist der? Komm, komm! Oh, da kommt der Land! Oh! Was? Wie ist das denn passiert? Kommt der ist hier echt rumgelaufen? Dobi! Oh! Wo ist der? Alter! Ach, krass, guck mal! Oh, der stirbt gerade. Pfff! Hä? Din, 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 Bonanza! Din, 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 din... ooh! thirds, ähm, ciao Dobi! Oh! aroah! Ho, ha, 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 ha! Oh! Kommt der hier rein? Huah! Huuh! S ridiculously important! Ja, wollen wir kurz Folge beenden und nächste Folge weitermachen, oder was? Was macht der denn ab? Komm! Wir machen cliffhanger! Wir machen cliffhanger! Ok, machen wir! Alles graue! Ja, dann, äh... Freunde, ne! Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, was passiert. Tschüss. Scheiße. Alter. Komm, komm. Duell, Mann. Duell, komm. Boah, Alter. Vierfahrt, ich hab vierfahrt. Alter. Hey, wie? Ich bin tot. Pan. Boah, die Sau. Die Sau, die Sau, Alter. Raus auf den Busch. Bin ich tot? Ich bin tot. Hier ist ne Waffe. Gib mich. Boah, Tobi, geh weg. Tobi, geh weg. Tobi, geh weg. Tobi, geh weg. Hi, Pan. Tobi, was? Alter Schwede. Alter Schwede. Nein, nein. Ja, 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 ja. Was? Ich geh weg. Ich geh weg. Was? Ja, ja. Nicht sein fucking Ernst. Nicht sein fucking Ernst. Alter, Alter. Alter, Alter. U Trans�� Ih. Und ich nicht weg. Nein, wieso? Ich hab eine Runde gewonnen, weißt du? Na, wieimes 간in conditionen?! Du bist doch nicht einfach. Boah, ey. Was für Fiese. Wuhu. Ehm. Nein, nein, du Bixer. Du bist doch ein Idiot, Alter. Du bist doch ein Idiot, Alter. Das gibt's doch nicht. Alter! Alter, die Pane ist so gnadenlos einfach. Alter! Was ist das? Das wird irgendwann erstmal... Alter! Alter, nee, das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, die Mauer, die Mauer. Erik? Ja? Ja? Hör auf! Was? Äh... Ah! Cool! Boah, Alter! Was? Was war das für ein Schuss, Alter? Und unten sitzt Tobi und sitzt wieder oben! Das ist doch ein wachsweckiger Wichser! Das ist doch ein wachsweckiger Wichser, Tobi. Vor allem das Eis ist blau und der ist auch blau. Oh Mann! Gib's nicht! Du kannst mir gar nichts! Was willst du von mir? Hä, warum stapeln sich die Waffeln dahinten? Sie stapeln sich! Gib auf Curry, gib auf! Was machen wir denn jetzt, Erik? Ich weiß es nicht Curry, ich weiß es auch nicht! Ich werde die Plattform umschubsen! Ah! Einfach so flup, weg! Oh mein Gott! Ey, was kommt denn da für Bälle hin? Was ist das? Ähm... Hilfe! Ey, was ist das? Hier kommt was da ist, was ist das? Alter! Alter! Äh, hä? Erik? Ja? Was denn? Was denn? Lass mich in Ruhe! Ich komm hier nicht mehr raus! Tobi! Hilfe! Was soll ich denn sein? Oh nein! Ich bin durchgefallen! Du musst hoch! Aber wo? Ich seh mich nicht! Wo bist du? Da! 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 Ich lebe noch! Tobi, ich komme! Ich komme, Tobi! Schade! Oh Mann! Alter, wie geil das gewesen wäre! Wo bin ich jenen? Ich bin schon tot! Was?! Erik? Ja? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? AGo! trust mei! 力! Kuck mal, ich fände Baby! Die fände mich um! Tobi! Was war das denn grade? Alter! Da! Pum, pum, pum! Ist er tot? Ne, ich chill hier. Du mit chillt auch! Oh, oh, oh! Was macht denn Tobi da hinten? Ewig noch! Nein! Ja, du! Nein, ich glaub, mein Tag hat's ja eh, das gibt's doch nicht. Oh! Ich war schon mal der ganze Trickstehtag! Alter, alle haben sich versteckt! Gerade irgendwann noch alle tot, aber wir sind alle wieder da! Alter, was geht denn jetzt da ab? Unfassbar, alle verstecken sich einfach so! Oh mein Gott! Was für Schweine! Curry, ich hab dir geholfen! Alter! Ja, du schaffst das! Nein, 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 nein! Alter! Ja! 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 Alter! Geil, Alter! Nice, Mann! Oh nein! Ich tauge zu nichts, aber das hat funktioniert! Tobias! Lol, das gibt's doch nicht! Mann, Pan, ey! Du hast dich auch versteckt! Pan versteckt sich die ganze Zeit! Ja! Ähm, oh mein Gott! Ich dachte ich wär tot! Oh, Disco! Oh, Disco! Disco! Was ist das denn? Oh, ja, cool! Nein, du siehst mich nicht! Alter, Tobi, du bist mega unauffällig! Ich weiß! Hey! Hey! Was ist das? Du bescheuert! Der Typ, ey! Der Typ! Okay! 360! Yeah! Tschüss! Tschüss! Boah, weißt du, was ich vermisse? Thomas Müller in der Sprechrolle! Das war einfach immer ein großes Highlight! Hammer Curry, hat er gut gemacht! Ja, sowas, sowas, sowas! Isso! Also, Isco! Ah, Isco! Schon vorher, Samma! Selber immer fällen warst, und dann... Hast du deinen eigenen Schrank, dein eigenes Trikot! Currywurst! Alex! Jetzt komm! Wird er jetzt verprügelt oder was? Mhm, mhm, mhm! Der wird gebimst! Gefiel mir gerade ganz gut! Kann man zufrieden sein, ja? Was ist das? Hä? Ähm... Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Was? Was? Erst... White Smiley! Was? Wie random war das denn jetzt? Oh, macht euch bereit! Air Madrid bekommt jetzt mit Alex Unter! Der Clive ist der Beste! Das ist echt so... Den mag ich! Den mag ich, ey! Echter Franzose! Hühbe! 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 Uindell! Oh, uuuh... Oh, oh, oh! Der hat nicht... Alexander hat ne Putzfrau. Oder... Oder wie heißt es jetzt? Ähm... Es heißt ja nicht mal Putzfrau... Es heißt, äh... Reinmache, Personal... Ich- ich weiß nicht, Es hat irgendeine anderen Darm. Ich hab keine Ahnung. Ich bin nicht mehr auf dem Zahn der Zeit. Ein Concierge. Ja, Danny hat sowas nicht offenbar. Flump. Was fantastisch. Da mal ein bisschen dran vorbei, damit es spannender bleibt. Jetzt wird er wieder sitzen. Da mal wieder ein bisschen dran vorbei, damit es spannender bleibt. Aber A ist da. Glaub dran wie Kloppo. Oder Danny. Oder Alex. Oder Kim. Glaub dran wie Kloppo. Glaub dran wie Kloppo. Kloppo, mein kleiner Freund. Er hat nen Anzug. Er klebt an der Haarhut. Denn es ist Kloppo. Kloppo. Graue Hose. Graue Jacke. Achso. Achso, Entschuldigung. Es ist Kloppo. Menschenfreund. Emotionen. Alles zeigt er. Der wird jetzt auch ausgewechselt. Alle, die ein Tor gemacht haben. Auswechslung droht. Haben wir bisher noch nicht einmal gesehen, ne? Nee. Wahrscheinlich haben wir einfach, weil wir das oben verdeckt haben. Weil die, ja, weil die, wir können wir nicht einfach. Wie derlicher Typ, ey. Und seine Socken schon verschmolzen mit seinem Fußgrind. Ach, ekelhafter Mann mit seinen schmierigen Haaren. Zu bestimmt ein Toupet. So, weiter geht's. La la la. Echt, aber musst du nicht bloß Tor anziehen. Jetzt geht's aber bestimmt erstmal weiter mit Kim, oder? Jetzt geht's wahrscheinlich erstmal weiter mit Kim, ja. Kimmeling. Kimmel, Kimmeling. Kimmeling. Kimmeling, ja. Das ist ein chinesischer Name. Mein Name ist Kimmeling. Ach, guck mal, Kimmeling. Oh, da ist er Kimmeling. Oh nein. Ja, Alter. Oh Gott. Sieht aus wie so ein Yoga-Trainer. Oh, furchtbar. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, das tut ja weh, ey. Namaste. Futschi. So, ähm, haben wir hier schon gelesen. Wir müssen den Gegner müde machen, um in der Schlussphase bessere Chancen zu bekommen. So macht man späte Tore. Nötig sind harte, saubere Pässe. Und zwar jede Menge. Hatte ich bei deiner Frau. Was ist eine falsche 9? Ich kenn mich leider nicht aus. Äh, falsche, boah, falsche 9, da fragst du mich was. Also falsche 9 ist, glaube ich, so eine, ich weiß nicht, ob das hängende Spitze ist oder so, aber es ist halt, äh. Hängende Spitze, sind das jetzt Hexbegriffe oder was? So. Hängende Spitze sagt jetzt auch nicht viel. Ähm. Aber er meinte ja gerade, wir brauchen auf jeden Fall viele, viele Kopfball-Anspielstationen. Ja, es ist leider letztes Mal, eine Folge ist leider ausgefallen, weil bei mir war der Rechner kaputt, bei Tobi die Gesundheit im Arsch, Curry war wieder bei den Huren und die Pan wollte sowieso nicht mehr mit uns aufnehmen. So ist es nämlich gewinnen. So. Es ist was dazwischen gekommen. Okay, Curry ist aber wieder auf den Damm. Ja, wir sind einfallslos, wir spielen schon wieder dieses Spiel hier mit Karten gegen die Menschheit. Will ja auch keiner sehen. Nee, ist doch egal. Alter, du hast den Raum nicht so genannt, oder? Das ist nicht dein Ernst. Was? Wie hab ich den Raum genannt? Alter. Der fängt schon wieder an, ne? Hä? Ja, was denn? Alter. Curry, hast du was? Nee, alles gut. Hast du was gegen Community, liebe Curry? Hast du deine Community so sehr? Hast du die Männer jetzt? Pflanzen die sich fort, oder wie funktioniert das? Oder legen die Eier, oder haben die, wenn die verheiratet sind oder sonst irgendwas, haben die auch Sex mit normalen Menschen? Vielleicht pflanzen die sich ja auch Fiat. Nicht fort. Och, Tobi, Alter. Alter. Mach mal deine Nase frei, bitte, da muss ein bisschen Sauerstoff hinkriegen. Der hatte gar keine Bronchien, der hat vor lauter Koks keine Luft mehr gekriegt, der Junge. Ja, der Brocken hat sich quergestellt, weißt du. Boah. Das war das billige Koks vom Schlecker, Alter. Okay. Stand aber Domestos drauf. So, ich wette, davon kriegst du niemals genug. Okay, deine Mama beim Masturbieren helfen, weil sie sonst ihren besoffenen Körper nicht vor Aldi wegbeweht. Was? Das ist das Selbstgeschäden von Tobi, das hat er selbst erlebt. Das hat er mir immer erzählt. Ich weiß noch. Aber, aber, ey, wer masturbiert vom Aldi? Auf was? Das ist eine besoffene Mutter. Auf die Auslage beim Aldi, oder was? Oh, geil, Pökelflasch. Ja. Nein. Das ist Karls Krone, Alter. Karls Krone, Mann. Okay. Okay, pass auf. Wenn halt im Ascher sonst nichts drin ist und du suchst auch deine Tampen und hast nichts dabei, dann musst du... Damit dann rauchen, dann hast du eine Zigarette mit Geschmack. Ja, kannst du auch mal dann dran ziehen, mal gucken, was passiert. Da kriegst du eine richtig fette Tobi-Bronchin, Alter. Okay, wovon kriegst du denn noch nicht genug? Schuriken? Gibt's das nicht bei Deutsch, Mann? Schuriken! Ich hab immer einen vollen guten Biorhythmus. Keine macht den... Herpes-versifften Schamlippen einer günstig importierten ungarischen Prostituierten. Alles klar. Ja, das ist auch noch selbst geschrieben. Das glaub ich ja jetzt wohl nicht, was? Schön, Erik. Schön, Erik. Was? Äh, komm. Hä? Natürlich hat er das selber geschrieben. Ich mache mich hier für lesbische Strippaninjas stark. Das ist sowas von selbst geschrieben oder das ist von Erik. Was für ein kranker Schwein bist du eigentlich? Ja, jetzt steht die Scheiße da, ne? Jetzt hast du verkackt, ey. So, aber was... Dann hab ich zwei Münder, mit denen ich natürlich küssen kann, Tobi. Alter, ich... Warte mal, was hast du grad gesagt? Kannst du mir auf den Katheter-Tunnel lutschen? Ah! Ah! Hihi! Ah, schön. Ja, aber was kommt immer zu spät? Ein nie endender Fluss aus Tränen von... Oh, Alter. Das ist Tobi, ey. Ja. Das ist ja nur Tobi. Selber geschrieben. Alter, du... Alter, du... Die Ergebnisse der Autopsie kamen gerade rein. Die Todesursache lautet... Oh. Ups. Stevie Wonder, der auch der deutschen Autobahn fährt. Ah, schön. Es gibt noch eine weitere Todesursache, und zwar... Das ist ja noch schlimmer. Das ist ja noch schlimmer. Das ist doch dasselbe. Oh, Mann, ey. Ich muss leider Stevie Wonder nehmen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe übrigens 99 Probleme, aber mhm, ist keins davon. Oh, hier hätte Kindesmissbrauch. Gut gepasst, übrigens. Ja, dann wäre es aber gut gewesen, ja. Hättest du Kindesmissbrauch gelegt? Ich hätte Kindesmissbrauch hoch 2 gelegt, ey. Ey, Leute. Du bist doch echt einfach bei Gott, jetzt. Bei der nächsten auch noch, brauche ich einen Schnaps, einfach. Oh, Gott, ey. Also wirklich, ich habe 99 Probleme, aber Kindesmissbrauch. Alter, willst du mich verarschen? Du bist verarschen? Was? Du hast ganz genau, was die Folge gehört, ey. Was warst du denn da für Subnails? Ja, ich wollte auch gerade fragen. Diesen Satz werde ich jetzt nicht zu Ende führen, das ist unfair. Ja, außerdem natürlich kein Problem für mich, ausgeleitet. Oh nein, oh nein, nein, bitte nicht, bitte nicht, nein. Und da aber alles raus. Wenn das letzte jetzt noch da, Lincons Raven steht, dann geht es nach Hause. Euch wünscht, da steht jetzt Lincons Raven, bitte. Okay, gucken wir mal. Alter, ernsthaft? Alles klar, instant win, Alter, let's go. Alter, Alter, was warst du? Der Pikad gemacht, was? Und Tobi starb durch ein einzelnes Scham. Ja, das ist auch das. Kannst du mir das kurz erklären, Tobi? Tobi, ich hab mich verschluckt. Ja, ja. Achso, ich. So, der dritten Variante. Deine riesige, fette Vorhaut, Tobi. Aus der sich manche, manche Leute ein Zelt im Vorgarten bauen. Die schmecken nach Lace, ne? Na, war wie viel Lace. Ist die auch geriffelt, oder was? Und die knuspert wie die neuen Superchips von Lace. Der Junge hat auch 100% einen Deal, Alter. Ja, wo ich gerade aus der 100%... Nein, leider nicht, aber... So, Lace, falls ihr das hört, ne? Kauft meine Vorhaut. Let's go. Nein, nein. Aber es gab doch auch die YouTuber-Pizza. Wieso solltest du dich auch Vorhaut-Chips von Tobi eben weg? Ich würde die sofort kaufen, Alter. Tobis Vorhaut-Pizza ist ja wahrscheinlich wie so eine gebackene Plazenta, einfach. Weißt du? Na, Alter. Das ist wie der Parmaschinken, der oben drauf ist. Vorhaut Margarita, Alter. Nein. Entschuldigung. Oh, da liegt noch Mais rum. Okay. Bei einem sehr romantischen Abendessen mit Kerzenschein. Eine umfangreiche Sammlung sexuell übertragbarer Krankheiten. Also ganz ehrlich, ohne die date ich nie. Ja, natürlich. Oh, scheiße. So eine Model-Mappe, Alter. So mit Close-Up-Fotos, Alter. So, hier ist mal ein Hodenherpes. Guck mal hier. Ja, und beim Fisten außerdem gefunden wurde... Kinder auf... Hä? Alter, wie cool. Oh. So dick ist die Kinder-Sport-Karte jetzt weg, ey. Also... Hat's ja gleich nochmal geschrieben, ne? Hat's ja einfach nochmal geschrieben. Hat's ja einfach nochmal geschrieben. Hat's ja nochmal geschrieben. Hat's ja nochmal geschrieben. Drei-Erik, ne? Das weißt du ja. Was? 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 Okay. Ähm. Also. Was lässt denn den, äh... Erik richtig feucht werden? Ein überraschend starker Buch. Geil. Ah, nice. Der nimmt einen so richtig ran und... Schön... Es ist richtig animalisch dann. Kann auch irgendwie reinkriechen, Alter. Wir müssen wieder ein paar Warnungen vor den Wolken... Ja, vielleicht ja. Vielleicht ja. Alte Menschen riechen voll penetrant nach... Unglaublich stehende Fall. Ah, schön. Es ist so schlicht und so schön, Alter. Voll. Und auf mich fliegende Scheiße. Vor allem, als würde Scheiße nicht reichen, weißt du? Man muss doch draufhauen, Alter. Die Masterform von Schwacke einfach, ey. Ja. Ja, mach mal gleich die nächste Folge, oder was? Also, komm. Ja, mach mal, mach mal. Tschüss, ciao. Haus rein, Alter. Alles klar, viel Dank. Tschüss. 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 Tobi spielt unfettig. Hashtag Tobis Vorhaut. Arschloch. Tschüss. 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 Tschüss.